Mein Name ist Joachim Konzen, ich bin Diplomkaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hier in Bülheim an der Ruhr. Wir sind ein großes Büro hier, also haben wir auch viele Kunden. Wir haben neben Privatkunden auch ganz viele Unternehmen, die hier ihre Steuern und Steuererklärungen erstellen lassen. Spezialität von uns sind noch ausländische Unternehmen, deren Betriebsstätten und Zweigstellen wir hier in Deutschland betreuen. Ja, das Wichtigste zwischen dem Kunden und mir ist eigentlich das Vertrauen, was wir gegenseitig haben. Denn es werden ja nicht nur die geschäftlichen Dinge offengelegt, sondern auch alle privaten Dinge. Und da muss man natürlich schon Vertrauen haben und das wird hier auch gewährleistet und wir arbeiten jeden Tag daran. Der Mandant, der heute zu uns kommt, der will ja nicht unbedingt nur, dass wir eine Erklärung ausfüllen können und die dann auch zum Finanzamt geben. Denn das Gericht hat ja schon gesagt, man hat nicht nur die Pflichtsteuern zu zahlen, sondern auch das Rechtsteuern zu sparen. Und deswegen kann man ja auch ganz gut mal zu einem Steuerberater gehen und da sind Sie hier an der richtigen Adresse.